Es soll ja eine Enquete-Kommission geben des Abgeordnetenhauses zur Regierung in Antidiskriminierung. Sag du noch mal kurz, was eine Enquete-Kommission ist. Also eine Enquete-Kommission ist so eine Art Ausschuss, die vom Parlament mit extra Beschluss eingesetzt wird. Parlament entscheidet auch über die Größe und diese Kommission hat einen Arbeitsauftrag für das Parlament. Meistens zu einem Thema, das kann auch ein größeres und facettenreicheres Thema sein. Und dann arbeitet die Enquete-Kommission dieses Thema ab und hört auch Sachverständige und interviewt die, fragt die. Am Ende gibt es einen Bericht und wenn der Bericht gut ist, dann ist es nicht nur eine Zustandsbeschreibung von einem Problem, sondern auch eine Aufzeichnung, wo man hin will und vor allen Dingen, mit welchen Mitteln man das erreichen will. Also eine Enquete-Kommission wird üblicherweise dann eingesetzt, wenn man so größere langfristige Zukunftsthemen ansprechen will, zu denen man sich neue Ideen und Lösungen erwartet.